Servus ihr Hunde und weiter geht's mit Uri. Wir sind letztes Mal wegen dem verfickten Dinzo Baum hochgeklettert. Guckt euch die Scheiße mal an. Ich hab's gar nicht realisiert wie hoch der Shit war. Decke mich, auf jeden Fall müssen wir jetzt entweder nach rechts oder links. Kann ich die Dinger da oben kaputt machen? Nein. Ich habe ein Weg. Ich hab die Dinger da oben kaputt. Ich hab's gar nicht gesehen, ich habe die Dinger da oben drauf bekommen. Ich habe die Dinger. Ich habe die Dinger davon bekommen. Wir beide haben die Dinger. Das war dumm, oder? Jetzt geht es hier gar nicht mehr weiter. Ja, das war dumm. Okay. Sehr gut. Ähm. Ah, okay, okay. Warte, warte. Nee, doch nicht okay. Nicht okay. Oh, jetzt wird es ja kompliziert, du. Nicht okay, ich... Junge, ist auch gut, man. Lick mich. Will den Shit da haben? Kann ich das einfach so machen? Okay. Stabil. Alter. Ok Rente in die Hölle Ich höre es euch, der, oh Gott im Himmel, diese Pissgesichter, die zielen, die haben richtig fett Aim, die berechnen sogar, wo ich wahrscheinlich hinspringen werde, guckt euch das an, ok, wir speichern, aber ich habe kein Piss mehr da runter, 6 bis 7, wie komme ich da hoch, schieß mich an, los, ähm, nochmal, ok, jetzt kann ich den doch killen, oder, oder brauche ich da oben was? Oh, ok, ich muss da nicht hochkommen, ok, oh, fuck you, ich wusste gar nicht, dass ich kein zielen muss. Keine Ahnung, ob das reicht, also wir schießen ein paar Mal einfach. Naja, reicht schon. Jetzt gehen wir nach rechts, müssen ja das Herz befreien. Keine Ahnung. Was ist das hier? Ähm, achso, das ist zum Ablenken, oh Gott. Ich kill dich einfach mal nur, weil ich dein Leben bin. Ok, wir müssen das ablenken. da hin. Ah, warte. Ja, genau das wollte ich machen. Da hin. Da hin. Da hin. Aber. Fickfresse. Das war meinst du. Du hund. Das war nicht beabsichtig, ok. Da hin. Das war's gesagt. Das war so cool. Aber dann ist er auch net, Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Okay. Also jetzt sind alle tot. Los geht's. Ich habe keine Ahnung ob ich es geschafft habe, aber mein Stoß hat gerade nicht funktioniert. Ey, wieso komme ich da nicht hoch? Moment mal. Ah, jetzt ist es okay. Nochmal. Gar nicht so easy der Shit. Okay. 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 Jetzt sollte das Herz doch befreit sein. Okay. 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 So close. Okay. 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 Thank you, behind the scenes. Gab es irgendwas? Aua. Oh mein Gott, Digga, ich weiß es dir haben. Ah, leck mich. Gib mir doch ein bisschen Zeit. Ich weiß es. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist es halt Für dieses Teil da rechts bleibt doch gar keine Zeit Oh Gott Anders, Anders, Anders Tati ist gelten Beweg dich Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich hab's nicht geklappt Oh Gott Oh Gott Ich hab's nicht Ich hab's nicht Ich hab's nicht Aber ja auch nicht Okay, das. Alter, das ist so knapp immer. Fuck. Oh, Gott. Ah, da rechts war so ein Dings. Verdammt, Digga. Ich kann nichts holen hier ohne... Oh, Gott. Nein! Nein! Grut. Kassel, Kassel. Komm schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ah, leck mich. Ah, leck. Ah, leck mich. Ah, ich konnte den Schuss von dem einen, der es mir hinterher geschaffen hat, noch nutzen. Irgendwie ist es scheißegal, wie schnell ich bin. Dieses Ding ist dauernd auf meinem Marsch. Ich weiß, dass ich es gehen kann, Bruder. An sich sollte ich hier speichern, aber... Ich bin hier, ich bin hier. Das war's. Aber schon diesmal sieht's doch gut aus. Okay. Bring es um. Bring diese Spinne um. ... ... ... ... ... ... Ja, es ist scheißegal, wie schnell ich bin. Ist eigentlich immer an meinem Arsch. Ja, jetzt sind wir gut, jetzt sind wir gut, jetzt sind wir gut. Diese Spinne nervt mich da drüben. Oh Gott. Hab den Kicker nicht bekommen. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht wissen, wie viele Versuche das waren. Ich werde es beim Bearbeiten dann sehen. 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 Ich muss mich hier teleportieren. Wir haben hier aber noch viele Sachen, die wir nicht abgeschlossen haben. Was machen wir denn? Die meisten Einzelmalbare und Gegenstände werden automatisch absorbiert. Dann wird die Kosten der Stichplan. Dann warte ich, ich will noch für Damage-Skill. Kann ich jetzt schwimmen? Okay, damit wir A gedrückt halten. Schwimmen schneller. So. Der war knapp. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, ich verstehe. Ne, ich verstehe das auch nicht. Oder haben wir noch nicht, oder? Oder doch. Das ist nice. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ah, kurz Luftwaffe. Ich verstehe das. Okay. Nein, nein. Gibt's hier? Gibt's hier? Ah, Kartenfragment. Da will ich jetzt immer wieder abbauen. Oh Gott, war das knapp. Ich hab nicht gespeichert. Ich mach kurz alles nochmal. Bis gleich. Okay, Leute. Wir haben kurz alles gemacht. Sind wieder da. Weiter geht's. Den Fehler darf man echt nicht machen. Nicht zu speichern. Wenn man nicht speichert, ist einfach alles weg. Komm her. Braucht dein Loot. Noch mehr Loot. So. Wir haben beide Kartenfragment und beide... Wie heißen die Dinger auch immer? Für die Geistertüren, diese... Verschlüssel, genau. Das. Gucken wir mal, was hier rechts ist. Gucken wir mal, was hier rechts ist. So, diese Barrieren-Dinger da. Die da. Das sind diese Holzdinger, die man kaputt machen kann. Um dann Wasser reinzulassen. Kapisch. Auf. Auf. Wie zu schnell. Da unten gibt's bestimmt noch irgendwas. Aua. Warte auf. Ich lerne nicht dazu. Ich spüle noch mal vor, bis gleich. Gibt's noch was? Da unten gibt's noch was. Hab ich noch nicht hin. Ok. Aber Das hier muss ich hochziehen wahrscheinlich Das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Geh Geh Dampfen benutzt du diese Fähigkeit, in die du A drückst, in die Lüfter springen, dann nach unten drückst, um gewaltig auf den Boden zu. Okay, Leute, und hiermit bis zum nächsten Mal. Tschüss! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch, mein Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.